Hallo und herzlich willkommen zu Anu 1701. Ich stehe mir der Herausforderung nochmal. Ähm, ich hab gestern ein bisschen Probe gespielt, ein bisschen nach Maps geschaut, muss ich ehrlich sagen. Ähm, wir werden eine Map... Also, wir werden eine Map spielen. Ja. Ähm... Die, ähm... In der Quersumme 9 ergibt. So wie jedes Anu es sein sollte. Ähm, wir werden nämlich diese drei KIs hier mitnehmen. Und ich hoffe, ich hoffe inständig... Ähm, ja. Wir werden natürlich auch die hier alle mitnehmen. Ramirez nehmen wir mit, äh, Händler und so weiter. Äh, ich hoffe inständig, dass dieses Mal das Ganze besser läuft wie gestern, als ich das mal Probe gespielt hab. Ähm, ja. Ich würde sagen, ja... Genau, das hier. Startkapital, das ist jetzt nicht ganz so heftig, aber das hier ist wichtig. Wir brauchen das hier. Weil wenn die KI uns den Krieg erklärt, ich sag mal so, Türme zu bauen und abzureißen ist eine Methode. Ist eine Methode. Das hier lassen wir auch alles an, auch wenn Katastrophen echt nervig sind. Also manchmal zumindest... Manchmal treffen sie dich nicht. Dann ist nicht so schlimm. Äh, Siegbedingungen machen wir aus. Letzter Überlebender. Das können wir natürlich machen, aber auch... Ja, vielleicht wollen wir dann nachher noch irgendwas, ähm, 30 Teile Schloss bauen. Mhm. So was. Vielleicht wollen wir sowas danach noch machen. So, wir müssen uns... Wir haben, äh, eine aufgedeckte Karte an. Äh, und werden... ...unds dann sofort auf eine Insel begeben, die ich denn ganz gern besiedeln würde. So, das wäre diese hier. Denn die hat Zuckerrohr und Tabak. Und Erz und Lehm und, ja gut, Edelsteine noch. Wir hegen ernsthafte Zweifel, dass euer Tollkühle ist und befangen von Erfolg gekrönt. Ähm, ja. Das Ding ist, wir haben hier eine Kakao-Tabak-Insel nebendran. Und hier Kakao-Alkohol. Das Ding ist, wir brauchen... Und das ist das Schwierige jetzt hier in der Map. Wir brauchen noch eine Insel. Weil so weit habe ich nicht gespielt. Ich habe nur einen Test gespielt hier, die Map. Wir brauchen eigentlich diese Insel. So eine Insel hier noch. Wir brauchen aber eigentlich, äh, Sonnenblumen und Honig. Das heißt eigentlich so... Ja, die wäre ideal. Die Insel... Äh, wäre ideal. Sorry, dass ich pausiert habe. Ich bin rausgetappt aus Versehen. Das wollte ich nicht. So, mein Schiffchen kommt. Da kommt auch schon irgendein anderes Schiffchen. Das... Wir werden aber schneller sein. Wir werden schneller sein. So. Die KI wird sich dann wahrscheinlich diese wunderschöne Insel hier krallen. Den würden wir uns natürlich auch krallen können. Die hat nämlich auch ordentlich Stuff drauf. Ist auch relativ groß. Oder halt die hier. Die bieten uns halt für den Start nicht so viel Stuff. Und ich möchte möglichst schnell unsere Bevölkerung... Naja, ich sag mal hochziehen. So. Guck mal, dass ich da eine Fischerhülle noch hinkriege. So. So. Und du kannst eigentlich direkt zum Händler fahren. Oho. Ein neues Gesicht ist mir immer willkommen. Und Werk zu kaufen. Tretet näher. So. Dann machen wir hier drüben irgendwo... Warte mal. Können wir hier einen Holzfäller hinpacken? Ich glaube, wir brauchen sowieso mehr Holzfäller. So. Ich glaube, ich packe das... Gleich mal hierher. So. Dann können wir hier schon mal... ...nen Weg vorbereiten. Mache ich... Kriege ich... Äh, ist das ein Range von dem hier noch? Ja. Ein Mitspieler hat neues Land erschlaß. Ein Mitspieler, ja. Seht ihr? Und schon ist die erste Insel besiedelt. Wir haben nämlich eine schwere KI dabei, die... ...ganz schön auf den Sack gehen kann. Sagen wir mal, so wie sie ist. So. Für den Anfang bauen wir mal eine Fischerhülle dahin. So. Da muss ich mal gucken. Ich glaube, ich habe da... ...genau. Ich habe die Holzfäller hier... ...so gesetzt gehabt. Ein fremdes Volk und ein Mitspieler haben einen Handelsvertrag geschlossen. So. Dann können wir hier... Genau. Wunderschön. Drei Holzfäller. Wir werden gleich noch... ...warte, Schiffchen ist wahrscheinlich auch schon da. Kapitän auf der Brücke. Wir werden alles Werkzeug mitnehmen lassen können. Ein Mitspieler und ein fremdes Volk haben nun einen Handelsvertrag geschlossen. So. Ich weiß, wir sind in den Minus. Das passt schon. Äh, wir machen noch mehr Holzfäller. Wir brauchen nämlich mehr Häuser. So. Hier ein. Und wir brauchen nicht hier. Nein, das war falsch. So. Wir müssen nämlich... ...wenn wir gegen die schwere KI spielen... ...uns in Acht nehmen. Wir müssen hier zum einen mal das hier machen. Ein paar Bäumchen pflanzen. Wenn die auch manuell pflanzen können. Ja, aber... Hey. So. Dann haben wir hier unsere Lehmgrube. Die ist auch schon mal gut. Dann brauchen wir... ...Zeit... Na, hier ist Eisen, ne? Das ist Eisen. Brauchen wir Eisen. Und was ist das hier? Nochmal eine Lehmgrube. Die können wir eigentlich auch gleich erschließen. Ähm... Oder? Ja, warum nicht? So. Und dann brauchen wir ein Dorfzentrum. Oder wir gehen... Warte. Wir können noch auf... Wir bauen hier noch eins hin. Dann können wir das weiter in die Mitte setzen. Äh... Ja. Machen wir da hin. Dann können wir da ein Dorfzentrum ran packen. Und jetzt heißt es erstmal Häuser bauen. So. Äh... Eins, zwei, drei... Okay. Wir haben noch nicht genug Holz für mehr wie drei. Lass ich euch mal einziehen. Holz sollte aber relativ schnell gehen. Dadurch, dass wir jetzt hier hinten so viele Holzfälle gebaut haben. Ich hoffe, das wird auch so. Dass das hier sich mal ein bisschen beeilt. So. Dann können wir hier gleich mal Stoffe hinbauen. Irgendwo hier so. Äh... Achso, wir können noch keine... Wurde von einem Mitspieler besiedelt. Ja. Genau. Das sind nämlich die anderen großen Inseln, die es noch gab. Und jetzt wird... Das ist noch übrig. Ah, Igor. Igor hat... Äh... Wollt nämlich unsere Insel hier nehmen. Äh... Der hat aber... Ein bisschen... War ein bisschen zu langsam. Bei mir findet ihr, was das Herz begeht. Wir fahren nochmal hierher, falls er nochmal Werkzeug verkauft. Wir können natürlich Werkzeug einkaufen. Machen ich aber noch nicht. Äh... Zu wenig Holz. So. Nein. Ah. Deswegen auch volle Baukostnuriger Stattung. Wenn ich mich ja hier mal... Weil ich doof bin. Sorry. Äh, verbaue. Äh... Ist es nicht weg. So. Wir haben hier einen wunderschönen Pipettenmodus. Äh... Allerdings habe ich keinen Short gehabt, glaube ich. Für P. Es gibt P. Es ist Pause. Habt ihr schon gesehen, das Pausenmenü? Ist nicht so schön wie in 1602. Hehehe. Aber ich kann damit leben. Ihre Gebäude ausmachen. So. Jetzt können wir Stoffe machen. So. Igor. Ah, okay. Du hast die... Die Kakao-Insel gekrallt. Ja. Wir haben ja noch zwei Kakao-Inseln. Das ist okay. Wir brauchen eine davon. Wir brauchen entweder diese. Die reicht uns eigentlich. Ja. Die bietet genau das gleiche eigentlich. Bloß, dass wir da auch Zuckerrohr drauf haben. Ein Mitspieler und ein fremdes Volk haben nun einen Handelsvertrag. Also dann können wir da vielleicht noch mal mehr Alkohol bauen. Falls notwendig. So. Dann bauen wir da noch mal mehr Häuser. Rabatt? Auf was denn? Ein fremdes Volk und ein Mitspieler haben einen Handelsvertrag geschlossen. So. Noch kein Holz. Kapitän auf der Brücke. Ihre Baumöglichkeiten wurden erweitert. Wird ausgeführt. Jetzt kann ich... Jetzt kann ich Stoffe bauen. Genau. Äh. Stoffe. Hier drüben irgendwo. Wir müssen gucken, dass wir da noch eine Fischerhütte hinkriegen. Ach ja. Passt das? Naja. Passt schon, aber... Wohin geht der Holzfäller? Bis dahin. Eins, zwei, drei. So, so müssten wir noch eine Fischerhütte bauen können. Vier. Okay, das ist schon ganz schön viel, was wir da wegnehmen. Und ich baue da keine Weberei hin. Ich könnte natürlich hergehen und das... Nee, weißt du was? Ich mache das einfach scheiß drauf. Ist doch egal. Wir machen einfach hier eine hin. Das ist halt echt viel Area. Und... Dann... Wir können hier hinten noch eine machen. So, und dann können wir da... Ja, wir können da den Weg anbinden. Ich hätte jetzt Markthoss eins weiter rüber bauen sollen. Warte mal, ich habe doch volle Baukostenrückerstattung, ne? Äh, wenn ich jetzt abreißen, dann hassen die mich zwar einfach alle, weil es nicht mehr im Braubereich ist. Aber ich kann ja instant ein neues bloßieren. So. Der Weg hier steht auch rein in den Bereich. Das sollte nicht sein. So kannst du... Warte mal, wenn ich den Weg hier anschließe, kannst du sogar den noch abholen. Vom Konto aus. Das ist sehr gut. So, dann machen wir auch nochmal einen Weg hin. Dann brauchen wir eine Scharfarm. Äh, ne, nicht eine Scharfarm. Äh, eine Weberei. So, damit produzieren wir theoretische Stoffe. Was braucht ihr noch? Eine Kapelle. Äh, erstmal brauchen wir noch ein paar Häuschen. So. So, ja, erstmal vielleicht noch einen Weg drum rumziehen. Weil ich sonst clever bin, dass ich das vergesse. So, du hast leider kein Dings einkaufen können. Kein Werkzeug bei ihm. Beste Qualität zu fairen Preisen. Äh, er kauft Holz an. Das können wir ihm später verkaufen. Ein fremdes Volk und ein Mitspieler haben einen Handelsvertrag geschlossen. Okay, wir sollten uns direkt von der Insel entscheiden. Ich glaube, die hier wäre gar nicht so schlecht. Wir brauchen, wir brauchen halt Sonnenblumen, Honig und Kakao, ne? Vielleicht nehmen wir die und die. Da haben wir hier noch eine nähere mit Walfett. Hm, die hat Marmor. Die wäre jetzt auch nicht schlecht. Hm, die wäre auch näher dran, aber hat halt kein Walfett. Haben wir irgendwas, was haben wir noch mit Walfett? Ja, das brauche ich nicht wirklich. Das brauche ich auch nicht, da ist auch kein Fett drauf. Die hätte Fett und Marmor, aber halt nicht die Ressourcen. Okay, wir haben genug Marmor, theoretisch. Das heißt, wir gehen dann erstmal auf die Kakao-Insel, hätte ich gesagt. Direkt bei uns. Das machen wir direkt mal. So, dann gehe ich mal, ich muss mal ein Dings einkaufen hier. Äh, nicht verkaufen. Einkaufen. Äh, Werkzeug. Ja. Kaufen wir einfach mal ein. Äh, und wir nehmen, wir nehmen die Alkohol-Insel. Die ist näher dran für die Handelsroute. Dann haben wir weniger Gefahr später, dass die KI uns versenkt. Das ist doch, äh, toll. Ein Mitspieler und ein fremdes Volk haben nun einen Handelsvertrag miteinander. Ein Mitspieler und ein fremdes Volk haben nun einen Handelsvertrag miteinander. Ja, dann schließt alle wundervollen Verträge, aber wissen, ich habe nicht den ganzen Tag. Aha, was gibt es noch? Kann ich etwas für euch tun? Ich höre. Du kannst deinen... Ich kann deine Visage nicht... Der Tonka wird dich anhören. Ja, okay, wir sind noch alle, alle okay damit. So, wir müssen... Wir können noch nicht, ne? Wir können nicht nur Fischerhütten bauen. Ohne Jagdhütte, theoretisch. Ja, ne, Jagdhütten sind irgendwie nicht so... So wirklich effizient. So, wir können nämlich dann... Nehmen wir die Insel hier. Spielt es eine Rolle, wo ich es mache? Eigentlich nicht. So, können wir uns noch ein Markthaus leisten? Zumindest eins. Nicht ganz, wir brauchen noch ein Holz. Das schaffen wir, das kriegen wir hin. Holz haben wir nämlich genug. Das können wir auch gleich mal verkaufen gehen. Äh, wir brauchen noch ein Häuser. So. Und ich baue dann wahrscheinlich gleich auch eine direkte zweite Stoffproduktion, hätte ich gesagt. So, an Dings können wir auch schon mal einen Weg ran machen. Boah, das passt sogar. Nett. Hier passt es wahrscheinlich... Ne, da passt es so überhaupt nicht. Äh, Schaftfarm. Okay, es geht noch nach oben, aber ich glaube, ich kann schon mal... Direkt noch eine bauen, oder? Ne, ich habe kein Werkzeug. Okay, never mind. Das kann sofort losgehen. Äh, ich brauche eine Tonne Holz. In die Wand, Männer. Halt, ich kann die 10 auch mitnehmen. Die verkaufe ich dann gleich. So. Ich stehe euch jederzeit zu Dienst. Ja, und er verkauft wieder Werkzeug. Sehr gut. Das... Das holen wir uns dann auch gleich. Wir sind, by the way, im Plus. Das ist erstaunlich. Äh, wir haben genug Häuser gebaut, heißt das. Also, die sind super happy. Da können wir die Steuern mal hochziehen. Stoffe gehen nämlich hoch. Äh, in der Kapelle. Ja, ich werde sowieso mehrere brauchen wahrscheinlich, ne? Also, die erste wäre mal hier ganz sinnvoll, glaube ich. Dafür brauchen wir mal Werkzeug. Das haben wir gerade nicht da. So, hier bauen wir ein Markthaus hin noch. Äh, einfach um die Strände abzudecken und zu verhindern, dass die das lieben können. So, ein Werkzeug haben wir noch da. Das nehmen wir mit. Bei euch lässt sich immer ein gutes Geschäft. Er hat uns auch Werkzeug verkauft. Das ist sehr gut. Dann können wir direkt eine Kapelle bauen. Geht ganz, ganz andersrum. So rum. Ah, ne, jetzt habe ich sie erst recht so gebaut, wie ich sie nicht wollte. Egal. Ein Mitspieler und ein fremdes Volk haben nun einen Handelsvertrag miteinander. So, dann kann ich da... Schaffe ich da noch eine Doppelreihe Häuser? Schaffe ich. Nett. Okay, das Mittlere hat keine Anbindung an Weg. Ist ja trotzdem happy. Er ist trotzdem happy. Die Bevölkerung eines Konkurrenten ist zur nächsten Zivilisation... Ja, er ist schon bei Siedlern. Wir noch nicht ganz. Wobei, wir haben eigentlich alles für Siedler. Theoretisch. So, was ist das für ein Schiff? Ach, das ist ein Schiff. Den ersten Achtungserfolg habt ihr hier mit... Ja, 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 wir haben jetzt Siedler. Ich gehe trotzdem ins Werkzeug einkaufen. Eine vielversprechende Entwicklung. So, denen gefällt das alles noch. Und ihr habt niemals dabei gehört. So, jetzt er wird nochmal Werkzeug verkaufen. Halt, warte mal. Ich habe Holz nicht abgeladen. Kapitän auf der Brücke. Ich wollte das Holz verkaufen. Ich gehe das Holz verkaufen. So, Siedler. Ja, für jetzt könnt ihr euch gerne noch so ausbauen. Ein Mitspieler und ein fremdes Volk haben nun einen Handelsvertrag miteinander. Ist euch egal, welche wir erst dann machen. Vielstein kann ich wegmachen. Zwei ihrer Mitspieler verbünden sich. Wer? Madame Nardaschi und... Uh, okay. Spannend. Ist die sich verbündet mit jemand? So. Steine kommen auch gleich. So, das Holz. Ja, eigentlich bräuchte ich das Holz. Kommt vorbei. Ich könnte eure Unterstützung gebrauchen. So, was... Was muss ich machen für dich? Kapitän auf der Brücke. Wo ist das Schiff? Oh, ist das A da unten. Ja. Können wir machen. Können wir machen. Die Siedlung eines ihrer Mitspieler hat sich weiterentwickelt. Ja, ja, ja. Ihr habt auch alle Siedler jetzt. So. Werkzeug haben wir sowieso an Bord. Die haben alle auch Siedler. Ich bin zu langsam. Gut. Dann würde ich aber sagen, wir haben Siedler erreicht in der ersten Folge. Das ist schon gar nicht so schlecht für mich. Gut. Dann würde ich sagen, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.